Wenn am 01.01.2002 der Schilling verschwindet und der Euro kommt, wird bei Spar durch die Euro-Abrundungsgarantie praktisch alles billiger. Viele Österreicher fragen sich, wie das möglich ist. Hallo. Karl-Heinz Hackl. Natürlich ist das möglich. Es ist doch ganz einfach. Wenn Sie zum Beispiel heute mit einem Zehner bezahlen, so sind das umgerechnet, sind das 0,726 Euro. Und die von der Spar, die nehmen die dritte Kommastelle ganz einfach weg. Und 0,72 Euro sind dann wieder zurückgerechnet, sind das, ich hab's gleich, ja, sag ich ja, 9 Schilling 91. So einfach zahlen Sie dann statt einem Zehner nur 9 Schilling 91. Ja, bei Spar wird eben praktisch alles billiger. Die Euro-Abrundungsgarantie, aber nur bei Spar, Eurospar und Interspar. Also da. Vielen Dank.